Musik 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 Hallo, ihr habt euch Küken, und mit recht herzlich willkommen. Prosti Kanal und zu einem kleinen Fnafiken, wir spielen zusammen Five Nights at Banosch 2 La Venganza De Indoor Otre Ves Una Noce Noma Para Gwande Para Chicky Bang Bang Ich weiss nicht. Warte mal, wir müssen mal kurz das hoch machen, ne? So. Wir zeigen, wir starten mal ein neues Spiel DOS Serio What? Survive until 6 am? What? Press Base to Gs? Really? Cargasta Yo what? Ich muss das alles nochmal NEI Ich muss das alles nochmal machen, oder was? Wieso kommt das Intro immer wieder? Das darf ja wohl nicht wahr sein Verstehe ich kein Mensch, oder? Eheh 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 Was? 0% Money? Hauz Bei? Musculus? Bei? Musculus? Bei? Oh, du? Eheh Ich verstehe es nicht Eheh Geh doch weg, du dummer Stuck! Ah, danke Mit Enter New Game Es ist so crazy Ah, Press Base to Gs Ah Nice Wut 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 Aber jetzt habe ich es, jetzt wei- Schnauze Jetzt weiß ich, wenn dieses Fies funktioniert, verstehe ich? Wir nehmen gleich mal den Spree Den Spree brauchen wir ja für ihn Und für den Anderen brauchen wir den Cheese Und für den Anderen brauchen wir den Cheese Muss ich das wieder nehmen? Der Hai Der Hai Haifisch, oder was? Oder was? Oder Spree Ist das crazy, oder? Ja Wut Wenn der Spree Wut 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 Du bist deppert? Continue! Null money! Einmal probier es jetzt noch! Last try! Mit dem Spree! Mr. Musculo, ja! Das ist doch crazy, oder? Das ist mehr wie crazy! Cheese! Äh! Yes! Cheese! Das ist so crazy Leute! Das ist so crazy! Auf was für Ideen die Leute kommen? Ich hab kein Cheese mehr! Äh! Bei Cheese! Bei Cheese! Bei Cheese! Äh! Bei Cheese! Ja, Freunde! Ich belasse jetzt dabei! Ich... Custom-Light! Ich schenke Extras! Was? Kalaschnikop! Peck! Nein! Ja, Freunde! Ihr könnts gern selber mal runterladen! Selber mal spielen! Das war Five Ninth and Banosch! Zwei! Dos! Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen! Wird mich freuen, wenn ihr euch einschalten würdet haben! Wenn wir rausgekommen! Bitte, wir werden doch dieses Video! Schreibt was in die Kommentare! Und wenn ihr noch keine Ahnung habt! Aber nur aufs Köpfchen drücken! Press den Hit-Button! Und subscribe meinen Channel! Ansonsten, genießt das Leben! Enjoy your life! Habt Spaß miteinander verhauen! Zähn nicht! Und bis zum nächsten Mal! Ich sag tschö mit nö! Und finde ich nicht genutzt! Euer Lusikarendler! Seid schon goodbye! Und ciao! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Vielen Dank.